Bei mir jetzt hier vor dem Kanzleramt ist Rainer Holznagel, der Präsident des Deutschen Steuerzahlerbundes. Vielen Dank, dass Sie zu uns in den Eisregeln sozusagen gekommen sind. Jens Spahn steht auch im Regeln. Wie beurteilen Sie denn den Deal, der da damals gemacht worden ist? Wir haben ja von Anfang an den Deal kritisiert. Einerseits ist er zu teuer. Auf der anderen Seite habe ich immer Zweifel gehabt, dass diese Gruppen auch wirklich alle betroffen sind. Also es ist einfach auch so, dass man selbst diese Maske hätte kaufen können. Und derjenige, der sie wirklich braucht und sie sich nicht leisten kann, da hätte der Staat durchaus helfen können. Aber mittlerweile sind ja fast die Hälfte der deutschen Antrags berechtigt und das ist viel zu viel. Bekannt an der Sache ist, dass er angeblich eine andere Meinung im Haus hatte, dass seine Fachabteilung gegen diesen Deal war. Und deswegen muss er sich jetzt eigentlich dazu auch noch äußern. Also dreimal so teuer sind die Masken ja von den Apotheken abgegeben worden, dann als man sie im Supermarkt wohl hätte. Kaufen können. Wäre das für Sie ein Rücktrittsgrund bzw. ist das nicht tatsächlich exorbitante Steuergeldverschwendung dann am Ende? Zunächst soll er erstmal im Amt bleiben und Ordnung sorgen. Einfach zu gehen wäre vielleicht so einfach an dieser Stelle. Fakt ist, am Anfang hat der Staat 6 Euro für eine Maske bezahlt, während man im Discounter 99 Cent dafür bezahlt hat. Das ist schon ein krasser Gegenteil zu dem, was am Markt eben bezahlt worden ist und da muss man, glaube ich, sich rechtfertigen. Aber nicht nur Jens Spahn. Ich finde, das gesamte Kabinett muss Stellung beziehen. Wir sehen ja gerade ein Ping-Pong der Zuständigkeiten. Am Ende haben wir ein Corona-Kabinett. Da werden alle Maßnahmen besprochen und auch beschlossen. Also ich sehe den Finanzminister und selbst die Bundeskanzlerin hier auch mit in der Verantwortung. Ja, so ist es ja. Denn der Haken gemacht worden muss ja sein dann auch vom Finanzministerium. Die Gelder müssen ja in irgendeiner Weise dann auch locker gemacht worden sein. Die kann der Gesundheitsminister ja aus seinem eigenen Haushalt so nicht einfach finanzieren. Also mit anderen Worten verteilt sich die Verantwortung auf mehrere Schultern. Denn jedem war ja klar damals, dass diese Masken zu teuer sind. Wenn wir zurückdenken, die Diskussion ist ja alt. Wir wussten nur nicht so genau, wie der Einkaufspreis ist. Aber im Supermarkt lagen die Dinger ja schon in den Regalen zu viel billigeren Preisen. So war es. Und vor allen Dingen die Abgabe über Apotheken ist für bestimmte Risikogruppen durchaus sinnvoll gewesen. Aber wir reden ja hier fast über 40 Millionen Deutsche, die eine solche Maske bekommen können. Und eine Vielzahl kann sie sich nicht nur selbst kaufen und leisten, sondern sie eben auch einfach und ohne große Komplikationen besorgen. Da muss nicht der Steuerzahler für einspringen. Aber es musste ja damals auch schnell, schnell gehen. Also das war ja die Diskussion. Wir müssen schnell die vulnerablen Gruppen schützen. Die Massen sollen schnell an den Mann. War es dadurch nicht tatsächlich logisch? 40 Millionen musste man ja versorgen. Bürger, die Anspruch hatten, also mit doch zahlreichen Masken. Also irgendwo verständlich, dass man da Tiefe hat, für in die Tasche greifen müssen? Ich glaube, wir haben alle sehr viel Verständnis für die Probleme am Anfang. Und ich glaube, dass wir auch sehr viel nachsichtig waren bei Fehlern, die gemacht worden sind. Aber ich habe einfach gesehen und viele sehen es auch, dass aus diesen Fehlern gar nicht gelernt worden ist, sondern dass die Fehler potenziert sind. Es gab ja auch Ministerpräsidenten, die Masken frei Haus verschickt haben an jeden. Und ich glaube, dass diese Maßnahme schlicht und ergreifend überteuert war. Denn alle müssen sie bezahlen, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und dass man sich wirklich auf Risikogruppen konzentrieren muss und nur denjenigen helfen, der auch wirklich Hilfe braucht. Und ich glaube, an dieser Stelle hat sich die Politik deutlich vergaloppiert. Und deswegen hätte ich erwartet, dass man aus den Fehlern schnell lernt und auch zurückrudert. Und wenn der Markt diese Masken billiger hergibt, dann soll der Markt das auch erledigen. Herr Holzenhagel, vielen Dank. Soweit also der Präsident des Deutschen Steuerzahlerbundes aus dem Eisregen sozusagen hier vom Kanzleramt. Herr Holzenhagel, vielen Dank.